Richtig gut, ey. Geh von den Platten weg. Geh weg! Scheiße, sind wir produktiv. Boyo, ist das schlimm. Richtig gut, Alter. Jetzt musst du dein Portal machen. Ja. Ja, nach unten bitte. Hier kann mir zum Glück nichts passieren. Hä? Ja, lass mich hochreifen, ich will jetzt Würfel holen. Achso, stimmt. Danke. Jetzt, gib Würfel! Haben. Schade. Alter, hör auf. Ist das Portal eigentlich schon mal da? Nein. Ringo, mach den Würfel nicht kaputt. Was passiert gleich, wenn wir den kaputt machen? Kann ich mal mit der Scheiße aufhören? Nach unten. Nach unten. Ah, wo steckst du gerade? Ach, da. Rat mal. Achso. Achso. Oh, Leo. Oh, Leo. Oh, Leo. Ich bin unproduktiv, aber es ist noch. Das ist grausam. Das ist grausam. Blue, IH25, Kollaborations. Das ist grausam. 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 Lol. Hä? Wo bist du? Komm, lass mal produktiv sein. Aber da hast du ja echt ne Zielhilfe. Toll. Natürlich. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Fahne ich echt, wie viele wir von den Scheißdingern haben. Ah, okay. Achso, was haben wir gerade für Punkte bekommen? Irgendwelche Chancen und Hinweispunkte haben wir eingebüßt. Keine Ahnung. Dass wir überhaupt nur Punkte haben. So, wir werden... Warte. Ja, ja. Gut, da haben wir dasselbe Bild. Das sieht echt so bescheuert aus, ne? Das ist feinmotorisch, ey. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Oh, nö. Oh, ja. Renname an diese Stelle. Du bist zu schwer. Was? Wer hat gerade was bekommen? Hör auf, hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wie du einmal in die Enke getränkt wurdest. Darf ich dich steuern. Das letztes Mal auch. Hast du gesagt, ich bin zu schwer, dann habe ich mir eine Minute abgefuckt. Achso. Nein. Wie der gleich rumjumpt. Ey. Mach ihn. Rimo. Was? Ey, wo bist du jetzt? Na hier. Achso. Das stimmt, man sieht mich halt echt nicht von da aus. Warte mal, das war doch so eine unproduktive Scheiße bei uns. Ja? Nö. Geil, ich kann das stehen. Okay, gut. Das ist schönes Entgegenkommen von dir. Und mich das irgendwann zerquetscht. Das lieber nicht rausfinden. Schade. Geht zum Glück nicht. Du bist zu schwächer. Ja. Oh, wie das alles quietscht, hey. Das ist echt so. Ich haufen sich da, weiß Gott, tausende von diesen scheiß Würfeln, aber für ein Kännchen nicht mehr. Genau. Oh. with the Genie, das wieder. Ach du Scheiße. Ja, auch klar. Ja, was haben wir jetzt da zu passieren? Hey, wo muss ich... Aua. Ich muss ja jetzt auch irgendwie darüber. Ja. So. Oh ja. Oh ja, so ist das. Das haben wir da wohl falsch verstanden, ne? Jo. Was gibt's noch? Leu. Wir sind heute produktiv. Um. Du Opfer. Oh, hello. Weil wir niedergeschlagen, der einfach ist und der andere freut sich einfach wie so. Toll. Wir haben hier zwei Fingern und Unentschieden haben. Ist echt ziel. Oder wie viel hat denn da? Drei? Vier? Vier. Ich glaub, der hat vier. Ja, vier. Alter, guck mal, du bist voll das Opfer. Einen Daumen und drei so Dödel. Drei Dödel. Oh, das... War ich nicht meine Absicht. Dürfte jetzt eigentlich nur eine sein, oder? Ich hab nie mitgezählt. Ione. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich glaub öfter gestorben bin, als wir Missionen gemacht haben. Ja. Dank kompetentem Personal, das ich begleite. Das ist ja das Schöne an Koop, ne? Ja, dann haben wir ihn ganz oft starten, wie man sich... Genau. Ne, eigentlich... Aber wir spielen echt so gut wie nur Koop-Spiele. Weil wie weit man einfach hier runterfällt. Wir bräuchten... Ja, das stimmt, das ist die letzte. Wir bräuchten, ähm... Das ist ein Vier-Spiel-Modus. Ja. Stimmt, schade, dass man Polo-Zweine mit Dominik-Loyle spielen können. Äh... Martin. Ja, was? Achso. Ach. Ach, du bist so ein Huren-Song, Alter. Ich weiß. Ne, bin ich nicht. Ah ja, hier muss man ja die Scheiß-Kassette, ne? CD. Ne, ihr Fallblatt, das ist von der Größe, ja. Ey, wo waren die? Ja, achso. Achso, mal. Stimmt. Zusammen. Warte. Halt, falsche Knopf. Du gehst da alleine durch. Mir hat sein letztes Mal zerglätscht. Nochmal, zieh. So, ja. Alter. Das ist einfach nur Fuspie, ey. Kann man die auch kaputt machen? Nein. Aber die kann man durch die Gegend schmeißen. Wer macht der da drinnen? Ich will irgendwas anderes machen. Lol, du siehst mich, ja? Das ist ja natürlich wichtig. Warum kann man nur die festen, warum kann man nur die Scheiß? Ich wollte einen Stuhl oder so mitbringen. Kann ich mal die... Äh. Zuwähne hier. Darf ich dir die irgendwo reinschieben? Ich hab keinen Slot dafür. Man weiß nicht, das ist halt die Nordküste von Kanada. Kann sein. Übersetzen, wir werden gesprengt. Boom. Die scheiß CD ist da gar nicht ganz drin, ey. Ich nicht. Die hat da noch ein Stück rausgeguckt. Tja. Na gut, Schallplatten haben wir auch immer ganz rausgeguckt. Warum sind die eigentlich Schallplatten groß? Mein gut, diese Roboter sind ja nicht allzu groß, ne? Ich glaube, wir arbeiten da lauter Lilliputano, wenn ich mir das gerade so angucke. Andere 70 Zentimeter groß. Oder einen Meter vielleicht. Achso, man kann ja zoomen. Ja, mit mittlerem Mausrad. Ich wollte sagen, wir machen noch eine, oder? Ne, auch mit Mausrad zu gucken. Ja. Ähm, ja. Waren wir hier nicht gerade? Ja. Wir haben doch bei uns... Achso, ja, okay, stimmt. Das ist ein bisschen schiefen jetzt. Gehen wir dann nach unten, oder? Oder rüber? Ne, das war doch eins. So, dann machen wir jetzt die zwei. Gut, warum nicht? Achso, passt ja nicht. Ich kann man nicht sagen, es ist nicht mal ein Test. Es stirbt einfach in einer scheiß Spiel-Lobby. Wie kann man hier was sagen? Es ist nicht mal ein Test. Ja, komm, Alter. Warte, mach... Mach mal das Portal da. Ich weiß. Warte. So, jetzt gehe ich mal kurz sterben. Ne, ich wollte eigentlich... Oh Mann. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ein Stolpert echt über die Kack könnte. Wie das aussieht. Ne. So. So. Ne. Ne. Musst du ganz, ganz außen setzen. Ne, wir müssen die immer... Wir müssen die immer... Ja. Ne. Versetzt. Hä? Warum geht das nicht? Es geht nicht. Ich glaube, da gab es ein Update. ein Anti-Blödsinn. Weiß nicht, geht doch. Hä? Ging doch gerade. Ach, wir müssen die vielleicht ein bisschen weiter übereinander, so. Warte mal, wir laufen... Also, wir laufen hier rein. Komm da wieder raus. Okay. Dann mache ich meins. Das ist doch scheiße. Da hin. Hä? So geht's. Beide unten. Jetzt musst du deins da unten. Ne, wir fallen doch eh raus. So. Hä? Hä? Junge. Da. Und da. Da. Und da. Ins Eck, verdammt. So, jetzt darf das gehen. Ne. Na gut, ne. Warte. Warte mal, da. Na, warte mal, wenn jeder seine, alle auf einer Seite. So. Dann ist hier das Blaue da unten. Und da. Da eins und da eins. Hä? Da oben. So, wenn wir jetzt durchlaufen, müsste es gehen. Stimmt. Warum sind wir eigentlich immer so produktiv, wenn wir zusammen spielen? Ist echt so? Gerade, dass wir LOL irgendwas im Bereich kriegen. Na, da kommt es ja drauf an. Da wartet ja. Da müssen, da müssen, da wartet ja jemand. Oh, jo. Ja, wartet ja keiner. Okay. Na ja, die Zuschauer vielleicht. Okay, da bitte. Nein. 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 Mach den Marsch. Kann man jetzt, da spielt nicht mit. Wie die laufen? Ist echt so? Wow, 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 wow. Tö, 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 tö. Trotzdem stehen wir jetzt. Aha. Wir. Wir, wir, nicht, nicht die, sondern wir. Nicht unsere, sondern wir. Aha. Jetzt habe ich schon wieder an meinem Ständer gestoßen, Alter. Okay, ganz gut. Du hast dich an deinem Ständer gestoßen. Aha. Lauf da durch. Hopp. 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 Was muss ich jetzt tun? Ja, doch mal. Will aber nicht. Ich gebe mein Leben auf. Du bist ein Arsch. Das ist die Rache für vorhin. Oh, mein Gott. Ja, geh doch durch jetzt. Ist doch schon da oben. Ach so, oh, ja. Okay. Spacken. So, jetzt spring rein. Soll ich nicht zu füder durchgehen. Sogar beim Reinspringen bekommst du Zielhilfe, Alter. Ja, haben wir doch schon mal geklärt. Das scheiß Wimpel macht es aerodynamisch, deswegen fällst du da auch genau rein. Ah ja, weißt du, was das noch war? Ja. Du musst da hin und da unten hin. Hm? Du musst da runter und dann da. 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 Auf die scheiß Platte. Jetzt bin ich hier. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Ich komme da nicht rüber so. Also, ich muss was? Du musst da vorne eins dran machen und da unten. Hä? Ah, da. So. Jetzt müsste ich, genau. Jetzt musst du da hoch. Da. Da musst du bei deinem Portal dazu setzen, dass das geht. Ach nein, das kann ich auch selber. So, warte. Loll. Nee, nee, jetzt musst du, jetzt musst du nochmal. Richtig gut, Alter. Oh du tief. So. Jetzt, jetzt da rein. Oh ja, welchen. Ja, wir springen da runter und das macht uns nischt. Ja. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitslevel richtig. Scheiße. Hä, wie bin ich da drin? Ach egal. Jetzt habe ich mich gerade auch gefragt, ey. Keine Heuchelmein nötig.